Sie sind eine pädagogische Fachkraft und wollen sich initiativ beim Jugendamt Stuttgart bewerben? Wunderbar! Zu uns gehören rund 200 Kindertages- und Schulkindeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet Stuttgart. Wir bieten Stellen mit verschiedenen Arbeitsumfängen und Altersgruppen. Für alle gibt es etwas Passendes. Haben Sie sich schon gefragt, wie der Weg von Ihrer Bewerbung bis zur Einstellung in einer konkreten Einrichtung bei uns aussieht? Wir erläutern Ihnen die einzelnen Schritte in fünf Etappen in diesem Video. Unser Team Personalgewinnung begleitet Sie durch den gesamten Bewerbungsprozess. Dorthin senden Sie Ihre Bewerbung, gerne online, aber auch per Post oder per Mail. Wenn Ihre Unterlagen unser Interesse wecken, laden wir Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. In diesem Gespräch dürfen Sie uns von Ihren pädagogischen Fähigkeiten überzeugen. Außerdem sprechen wir über Ihre Vorstellungen zur zukünftigen Stelle. Wenn das Vorstellungsgespräch positiv verlaufen ist, folgt der nächste Schritt. Jetzt sucht das Team Personalgewinnung offene Stellen aus, die Ihren genannten Vorstellungen bestmöglich entsprechen. In den ausgewählten Einrichtungen erfolgt dann ein Kennenlerntermin. Hier können Sie sich vor Ort einen Eindruck von der jeweiligen Einrichtung und dem Team verschaffen. Wenn es bei einer Einrichtung von beiden Seiten passt, teilen Sie dies der Personalgewinnung im Jugendamt mit. Das Team Personalgewinnung koordiniert dann Ihre Einstellung in der ausgewählten Einrichtung. Das Team Personalgewinnung ist ein Einrichtung.